willkommen bei mal wieder und zu einer weiteren folge noch gott da war ja was stimmt ja 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 ich habe ganz vergessen dass du dich am anfang sofort einmisch zu einer weiteren folge dead by daylight diesmal auf der nicht nur wand nicht nur er kommen jetzt nicht einmal nicht nur auf der dunklen web sondern auch auf der dunklen seite hier kommen am fenster mache ich die sonst kann ich nicht rein laufen somit nordi bär alles klar sondern ihr seht wir können jetzt hier schön die augen der generatoren der generatoren sehen ja 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 komm hier arbeitet einer geil schön vom generateur abgeflügte okay so kann es gut losgehen wobei mein machete hat schon ein bisschen blutdurst die muss auch in die action kommen alles klar hier erst mal ein bisschen für antiprogress sorgen da hinten wird gearbeitet okay ist auf jeden fall der familiensitz aber ich habe noch keine richtige peilung wo ich bin also ich bin da ist die machete zu zu zuckerig okay jetzt haben sie ein gen fertig ich habe auch keine anzeige wie viele zwei gens fertig okay aber insgesamt haben die an vier gens aktiv shit okay ach gott falsche taste also ich bin jetzt ich muss immer wieder an die steuerung immer gewöhnen wenn ich killer bin ich vergesse immer wieder jetzt habe ich aber sie auch vergessen war aus den augen aus dem sinn okay so okay da wurde vom haken jetzt abgeholt jawohl versuchen wir ihnen ich will jetzt nicht tun ich finde es aber auch schwer denen zu folgen nein ich schwöre die vierte arbeitet bestimmt weiter an einem neuen gen da wird gleich der dritte gen angehen ich habe jetzt schon probleme auch damit gearbeitet oder du bist die vierte du bist die vierte ja machete hat hunger ja da war es ein bisschen zu weit weg von der palette war nicht mit nori erst mal die progess jetzt habe ich aber keine falle mehr aber jetzt haben sie schon dritten an die sind noch zu weit auseinander ich kann die region taktik auch schon fast nicht mehr anwenden kommt ich brauche da ähnlich dass keine palette mehr okay ich glaube ich habe jetzt erst zwei hoch komm 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 Ja, ich hab sie schon wieder verloren, ne? Ey, gibt's doch nicht. Okay, da hinten. Ich brauch jetzt unbedingt die Leute an den Hooks, ne? Ist die drin? Ne, stopp, ich hör, ich hör, ich hör. Okay, da hinten voll entschärfen. So, komm her. Wie viele waren jetzt an? Drei? Ich glaub drei, ne? Oder vier? Ne, 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 ne. Drei, drei, drei. Es waren noch vier Gens übrig. So. Oh, die ist schon down. Warum das denn? Wurde ja am Anfang nicht so schnell vom Haken geholt. Ich hab keinen Überblick. Komm, komm, komm. Die sind hier dran, ne? Ja, die sind hier dran. Wo bist du? Ach, du bist auch hier. Jetzt zieht sich die Palette, ne? Oh, der vierte ist an. Der vierte ist an. Oh, Leute, das hat hier einen Horror-Stress. Stressen, next level hier. Okay, komm. So, komm. Ne, hier im Gras. Okay. Stopp, sie ist hier. Sie ist hier. Sie ist hier. Ja, aber hier hast du meinen Terror-Radius nicht, ne? Nice, okay. Und, volle? Yo. Jawohl. Jawohl, down. Oh, nice. Ich krieg hier grad ein bisschen die Kurve, wa? Ne, er ist nicht hier. Das wär jetzt noch nice gewesen. Ihn auch noch, ne? Ah, da hinten. So, ich denk mal, jetzt wird sie wieder abgehangen in der Zeit, ne? Yo, yo, yo. Okay, sie hängt das erste Mal. Ja, ich hör, ich hör, ich hör, Baby. Yeah, yeah, yeah. Jawohl. Okay, komm. Auch Abgang. Okay, ich krieg grad ein bisschen Luft. Weil die werden ja jetzt, können jetzt nicht an einem Jender weiterarbeiten. Der eine Jender hat jetzt, glaub ich, richtig... Obwohl, waren die da schon dran? Dann hat er natürlich... Ach, sie ist auch down, alles klar. Dann hat der Jender jetzt natürlich keinen Rückschritt, aber wir gucken mal kurz. Komm, 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 komm. Ah, der hat noch Rückschritt. Okay. So, die wissen das jetzt hier, ne? Ah, im Gras, das wissen sie. Äh, hier mittig. Stopp. So. Ist zwar auch gut zu sehen, aber was soll's. So, dann gucken wir jetzt einmal kurz bei diesen zwei Gems nach. Beide sind verletzt. Heißt für mich irgendwie so, die sind jetzt nicht in der Nähe voneinander. Komm. Boah, wenn ich der Druder jetzt hier nur rumreißen konnte, ne? Okay, hier ist auch nicht. Komm, die stecke ich mal ein bisschen ins Gras hier. Huh. Okay. Ja, wie gesagt, also wir haben auch eine verminderte Sicht. Ich finde es gar nicht so leicht, dem Survivor zu folgen hier bei dem Modus Lights Out. Und... Was ist immer noch? Ach, jetzt ist er geheilt. Also jetzt sind sie beieinander. Hat... Ich hab mal die gar nicht gehört. Hat sie sich schon wieder da und geil. Jawohl. Richtig gelegt. Boah, ich konnte die aber auch nicht gut hören, ne? Ja, der eine da vorne ist ja jetzt kaputt. Jetzt können wir nur... Boah, ist aber sehr weit, ne? Obwohl sie... Ja, sie wehrt sich nicht richtig, ne? Komm, 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 komm. Keine Gnade hat, Naughty. Ne, hier. Ja, okay. Boah, war eigentlich eine knappe Kiste, ne? Wäre jetzt diese Fallen-Action da nicht gewesen, die hätten mich sowas von nass gemacht. Okay. Ja, immerhin. Da waren die Fallen von Nordy doch noch früher etwas gut. Also ich finde auch als Killer, finde ich es doch schwieriger, klar. Man hat keine Perks, man sieht keine Auren. Es ist auch für den Killer dunkler. Und... Ja. Macht aber trotzdem Fun. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass es als Killer ein bisschen leichter ist. So, gucken wir mal hier noch kurz bei den Aufgaben vorbei. Ne, überrascht mich aber echt. Ich hatte ja auch schon mal so eine Proberunde mit dem Killer gemacht, also damit ich die View sehen konnte. Und da habe ich aber jetzt nicht so ernst gespielt oder so. Da wollte ich mir da einfach nochmal angucken. Ich muss aber ehrlich sagen, ist auch gar nicht so leicht. Wie man es manchmal als Survivor denkt, ne? Okay. Ja gut, das kriege ich auch noch hin. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und hat Spaß gemacht. Über ein Like, Abo und Kommentar würde mich freuen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020